Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Es hat sich mal wieder einiges verändert. Ihr könnt es auch schon sehen. Und zwar habe ich eine neue Waffe. Die habe ich mir in der Zwischenzeit nämlich gebaut. Und zwar die Roughbringer Axt 2. Meine erste Seltenheit Stufe 7 Waffe. Und zwar die vom Rathalos. Habe ich mir gemacht, weil mein nächster Drachenältester, den ich hier töten muss, der ist sehr empfindlich gegen Feuer. Dementsprechend habe ich einfach mal diese Axt gebaut. Und damit beantwortet sich auch gleichzeitig die Frage, warum es eigentlich ja mittlerweile nicht mehr täglich Videos gibt. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass jetzt steht halt der Kampf gegen die Drachenältesten an. Und auf diese Kämpfe bereite ich mich immer ein bisschen vor. In letzter Zeit war ich auch leider von einer Grippe etwas geprügelt. Deswegen gab es einfach keine Videos. Und ich denke mir, so kurz vor Schluss zumindest so viel Zeit, mir eine Waffe herzustellen, die möchte ich mir einfach noch nehmen. Und deswegen dauert das jetzt auch einfach ein bisschen länger. Naja, so viel zu machen ist ja tatsächlich nicht mehr. Habe ja schon gesagt, dass wir dann vor allem im Livestream viel machen werden. Denn die Story, die ist ja bald vorbei. Also wir machen jetzt die Drachenältesten und dann mal gucken. So, mit dir muss ich quatschen. Mit der Meisterin der dritten Flotte. Und sie sagt, ich weiß, mit welchem Drachenältesten wir es im Tal der Verwesung zu tun haben. Er heißt Valhassak. So haben wir ihn vorläufig genannt, als er das letzte Mal auftauchte. Der Valhassak ist die Ursache für das Miasma. Aus irgendeinem Grund wird er von ihm umhüllt. Er muss sich am Grund des Tals aufhalten, wo das Miasma am dichtesten ist. Ich habe eine Quest zur Untersuchung des Valhassak ausgeschrieben. Du solltest dich an die Arbeit machen. Okay. So. Es erzeugt sein eigenes Miasma? Mit was für einem verrückten Monster haben wir es hier bitte zu tun? Ja, mit einem verdammt verrückten Monster. Und vor allem mit einem sehr starken Monster. Da hat mir der Boger auch schon den Tipp gegeben. Hat gesagt, Juga, nimm auf alle Fälle Nullbären mit. Du wirst es dir und dementsprechend auch mir danken. Denn das Miasma, das er verströmt, ist wohl ziemlich heftig. Vor allem für Nahkämpfer, so wie mich, die halt immer an ihm dran stehen. Der Boger, der seinen Namen wahrscheinlich auch deswegen hat, weil er gerne mit einem Bogen schießt. Wer kommt nur auf diese Idee? Aber es könnte stimmen. Boger mit dem Bogen. Auf jeden Fall, er mit dem Bogen halt von der Entfernung her immer ein bisschen weiter weg. Ich muss hier aber volles Rohr ran. Naja, ich bin mal gespannt. Der Valhassak, den gilt es als nächstes zu erledigen. Ist übrigens ein Monster der fünften Generation, dementsprechend auch eingeführt hier bei Monster Hunter World. Also ist jetzt nicht ein altes Monster wie der Kuschaladora und der Theostra. Okay, der Chefkoch braucht mal wieder eine Zutat. Radobahn-Rückenpanzer, die haben wir auch direkt da. Ja, da können wir eigentlich direkt liefern. So, und zap, 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 haben wir Großhammel freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Quest an und bereiten uns entsprechend darauf vor. So. Töte den Valhassak. Und das mache ich im Tal der Verwesung. Das mache ich nicht, wie bei den anderen Quests. Äh, ich glaube... Ja, wir können hier starten. Ähm, so, das mache ich nicht, wie in den anderen Quests, äh, ja, in der Heimat der Ältesten, sondern tatsächlich dort, wo wir auch die ganze Zeit schon gegen diese Verwesten gekämpft haben. Im Tal der Verwesung. So, höllischer Feind Valhassak. Ähm, ja, ich würde sagen, das übliche, Kantine nochmal die Items checken und so weiter und so weiter. Ähm, wie immer kämpfe ich das erste Mal gegen ihn. Ich weiß also nicht, wie der Kampf verlaufen wird. Ich hoffe natürlich gut. Ich hoffe, dass ich ein guter Spieler bin. Äh, ansonsten Elementwiderstand, Angriff, Verteidigung. Verteidigung ist ein guter Wert. So. Vielen Dank für die Blumen. Und vielen Dank, dass alles bereitet ist, vorbereitet ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich mit der Waffe richtig lag, mit dem Feuerschaden. Aber Gift und Feuer, das passt halt immer auch irgendwie zusammen. So, Objekte verwalten, erstmal schön alles nachladen. Ein paar Sachen wegpacken hier. Äh, Blitzdung ist auf jeden Fall gut. Auch gut, auch gut. Blitzkäfer dabei haben ist auch gut. Harthülsenpulver ist sowieso eine gute Idee. Ja, würde ich sagen. Äh, machen wir auch ganz kurz hier einmal die Sortierung. Und dann können wir auch direkt starten. Das Coole ist, ich musste ja für meine, ähm, Rathaloswaffe gar nicht mal so viel farmen. Tatsächlich musste ich nur noch einen Großjagras töten und einmal den Rathalos. Den Rest hatte ich schon alles zusammen. So, spüre das Monster auf. Das hat das Spür schon. Wow, von Sternschnuppe zu Sternchen. Geil. Okay, Valhassak, Leute. Valhassak, der muss hier als nächstes dran glauben. Ich bin extrem gespannt, äh, weil auch Boger meinte, dass der Kampf halt ziemlich schwierig sein soll. Ähm, zum Glück habe ich den Lebenskraftmantel dabei. Das sollte mir helfen. Kann ich eigentlich nicht die Blaubeeren hier irgendwo schon... Ne, okay. Die Blaubeeren, die Nullbeeren meine ich. Ja, nochmal nachgeschärft. Bin zwar schon auf blau, aber hey, man kann nie genug Schärfe haben. Jo. Äh, je, bam, bam. Ähm. Achso, hier lang. Alles klar, ich habe verstanden. Und dann... Hier durch? Äh, ja, ich glaube da durch. Ich glaube, hier unten war ich noch nie so richtig, oder? Was kommt mir jetzt gerade so neu vor? Wobei, ich war hier bestimmt schon mal... Ich Gitt! Klingt das eklig. Ah ja, okay, ich seh schon. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Der hat ja Zähne auf der Zunge. Da ist er! Wir haben es geschafft! Der Walhasak ist wirklich hier! Werfenleserin, wir haben ihn gefunden. Jetzt können wir mit unserer Forschung fortfahren. So, Ladies and Gentlemen, der Walhasak. Auf jeden Fall ziemlich groß, der ganze Bursche hier. Und die Gesundheit ist auch gleich richtig am Arsch dadurch. Ach, krass. Boah, krass. Oh, sie haben ihn für mich ein bisschen gestunnt. Sehr gut. Okay, mein Timing ist gerade echt nicht so gut, muss ich sagen. Also mein Element-Timing. Andere, wir haben ihn für die Kul-Kul-Kul-Kul-Kul. Ah ja, der Geros ist jetzt hier auf unserer Seite. Aber nicht übermütig werden. Sengs, Forzy Buffs. Nein, scheiße. Oh doch, ach gut. Er hat mich doch zumindest mal buffen lassen. Äh. Und wieder mir erst mal reingehauen. Oh doch, ach gut. Oh doch, ach gut. So, hier irgendwo sind noch Fußspuren von ihm. Und ein Geros kann ich noch looten. Okay, also der erste Teil des Kampfes lief erstaunlich leicht, muss ich sagen. Also hätte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Ach, da vorne ist er auch direkt. Ah ja, jetzt hat er hier ein bisschen eingerissen alles. Shit. Oh no. Ach. Ah. 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 Oh, oh. Oh, ich hab mal schöne Miyazma-Keule hier mitgegeben. So, kurz mal hochlaufen lassen. Also Leute, Nullbären, ne? Für den Kampf auf jeden Fall Nullbären mitnehmen. Der Tipp hier vom Boger rettet mich hier grad ziemlich den Arsch. Scheiße. Ich glaub, ich hab seinen Schwanz abgeschnitten. Oh. Scheiße. Das war's für heute. Wow. Nein! Scheiße! Fuck it. Bisher lief's echt so gut, aber dann... Aber dann... Schade. So. Ich hab eh vergessen, Megabomben mitzunehmen. Schade. Ich dachte, es wird jetzt hier eine echt starke Runde, aber jetzt... Naja, gut. Oh, kommen noch Megafassbomben da. Na gut. Gut. Achso, bin ja auch dumm. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich ja eigentlich mal komplett neu ausrüsten gehen. Also, was heißt ausrüsten, aber komplett mal alles nachfüllen. Dankeschön. Oh, kommen noch Megatränke. Alles wieder vorbereiten müssen. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Äh... Meine Nullbären. Da ist meine Nullbären. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Aber der Kampf läuft besser als ich dachte, muss ich sagen. Also, ich hätte ehrlich gedacht, ähm... Nachdem, was der Boger da so erzählt hat, dass der Kampf jetzt... Also, er ist jetzt nicht mega leicht, aber... Ich hätte mir halt dann doch ein bisschen... noch härter vorgestellt. Wobei, ich bin jetzt schon einmal gestorben. Also, ich brauche jetzt hier auch nicht so tun, als sei ich hier mega stark. So, ich habe mal ein paar bisschen Pulverchen reingehauen. Um jetzt meine Buffs auch mal nachzusetzen. Die ich ja jetzt ja auch verloren habe durch den Tod. Oh, Scheiße. Jetzt hat... Jetzt bin ich nämlich in einer Scheiß-Situation. Jetzt hat er mich nämlich nochmal... Oeh... Jetzt gehen wir an. Boah, wenn die Folge eigentlich jetzt auf ihn drauf springen könnte. Nee, er wird wechseln. So, kurz ein bisschen Zeug mitnehmen, wenn es jetzt hier echt schon gut dran liegt. Schön, dass wir doch mit dem Fleisch hier runtergeschält von ihm. So, und seinen Schweif hatten wir schon gelootet. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ihn jetzt mal weiter handen. So, natürlich cool, wenn, ja, wenn er sich demnächst mal hinlegt, dann könnte ich ihm schön meine, äh, beiden Böhmchen reinhauen. Ich sehe nicht. Ah, schade. Okay, wenn er das macht, dann von ihm weg, oder was? Das Wasser ist auch giftig hier, stimmt. Ich weiß nicht, wie er es stimmt. Ihr merkt, ich kämpfe jetzt ein ganz klein wenig vorsichtiger. Scheiße. Boah. Boah, der wird sich drehen, der wird sich drehen. Oh, fick dich doch. Mann. Boah, dieses... Blöde Miasma. Okay, er schleppt sich weg, sehr gut. Er schleppt sich weg. Gut, das bedeutet, wir können uns auf die letzte Phase des Kampfes vorbereiten. Nämlich die Phase, in der ich meine Megafassbomben benutze. Oder auch nicht. Okay, die harte Musik hört auf. Aber hinlegen will er sich, glaube ich, nicht. Ich meine, das muss jetzt nichts heißen. Ah, ich glaube, jetzt... Jetzt geht er pennen. Okay. Der gute Walhasak. Ah, die Nullbären. Lassen wir mal sein. Oh, der ist auf Sterben aus. Tja, ja. Beim Sterben ist jeder der Erste. Wow. Oh, Scheißen. Scheißen, 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 Scheißen. Oh Gott. Oh, Lebenskraftmantel. Oh Gott. Nullbären. Ein Königreich für Nullbären. Schön über mich drüber geschossen. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Scheiße. Nein, das war klar. Das war so scheiße klar. Ach, schade, ey. Jetzt zum Schluss macht er mich nochmal richtig fertig. Dieses Miasma, was da echt auf ganzer Linie ist, so, das ist, ähm, nicht ohne. Hui. So, erstmal ganz kurz hier nochmal nachlegen mit den Tränken. So, dann kurz die Herstellungsliste bemühen. Boah, kaum noch Honig am Start. Ich müsste mal echt meine Ernte wieder mal plündern. So, gut. Und, hepp. Also, der Anfang des Kampfes war so gut. Da habe ich mich schon fast selbst gelobt, dass das alles so gut läuft. Und jetzt, ähm, merke ich, dass es dann doch nicht so gut ist. Ich meine, er ist jetzt echt fast tot. Aber, puh. Ich meine, er ist jetzt nicht so gut. Das war's. Oh, kannste nicht einfach mal sterben? Oh, kannste nicht einfach mal sterben? So. Puh. Puh, Leute. Das war jetzt echt... Boah, ich hatte jetzt zum Schluss wirklich gedacht, keine Ahnung, der reißt mich hier nochmal. Also das war keine so sichere Nummer, wie ich anfangs dachte. So die ersten zehn Minuten im Kampf dachte ich, alter Walla, sag hier, den hau ich doch weg, hau ich doch den. Aber jetzt so zum Schluss, dann nach dem zweiten Tod dachte ich mir, upsala, das könnte jetzt ganz schön arg nach hinten losgehen. Aber ist es zum Glück nicht. Ist es ja zum Glück nicht. So, ein paar Fußspuren hier noch mitnehmen. Ganz schön viele Gyros hier am Start. Aber die tun mir nichts mehr. Bin schon im Safe-Mode hier. Leider auch kaum Kohle jetzt für den Kampf bekommen. Aber gut, egal. Dafür, dafür haben wir die drei Drachen Ältesten endlich down. Quest. Success. Succeed. Keine Ahnung was. Mission complete. Speed. Naja, mehrhin 12.000. Durch den Gutschein. Und meine Schnur-Truppler sind auch besser geworden. Gut, dann hätten wir jetzt eigentlich die Quest erfüllt. Wir haben alle drei Drachen Ältesten down. Sprich, irgendwas. Tja, was. Es wurde ja schon angekündigt, also sie haben ja schon gesagt, dass sie schon eine Idee haben, was der Auslöser dafür sein könnte, dass die Drachen Ältesten alle so verrückt geworden sind. Naja, viel mehr weiß ich dazu jetzt auch noch nicht. Aber, ah ja, guck mal. Gute Arbeit da draußen, Partner. Ich wusste, du schaffst es. Wir haben enorme Fortschritte bei der Erforschung der Drachen Ältesten gemacht und Astera brummt nur so vor Aufregung. Und alle sagen sie, dass es nur deiner harten Arbeit zu verdanken ist. Aber, Partner, andererseits, ähm, sieh mal, wer mit voller Gewalt zurück ist. Ha, ich bin mit voller Gewalt zurück. Ich dachte, ich habe versprochen, unsere Wege würden sich wieder kreuzen und das haben sie. Ich nehme das Boot nicht, ehe du dort bist. Hörst du das? Das ist eine persönliche Einladung. Das bedeutet, du kommst mit. Ohne Wenn und Aber. Ich lasse deine Wildexpertin das Wie, Wo und Pipapo festlegen. Das muss eine offizielle Quest und so sein. Erzähl davon aber den anderen nichts. Das bleibt unter uns. Du musst dich nur für die Quest melden und dann auftauchen und komm ja nicht zu spät. Äh, okay. Gute Arbeit, wie du dich um die Drachenältesten gekümmert hast. In Anbetracht all deiner neuen Erkenntnisse oder all der neuen Erkenntnisse sollten wir der Gilde berichten. Der Käpt'n soll ein Schiff bereit machen. Wir wissen immer noch nicht, warum sich die Drachenältesten wieder in der Heimat versammelt haben, als ob sie etwas anziehen würde. Nun, wir müssen wohl unsere Forschung fortsetzen, bis wir die Antwort finden. Ich sammle auf jeden Fall mal Informationen. Hm, bedrückt dich was? Der Admiral hat mal wieder Pläne geschmiedet, nicht wahr? Wohin geht der alte Teufel denn diesmal? Egal, wo es ist, du gehst dann wohl jetzt auch. Und deine Partnerin... Verstanden. Na schön, ich werde mich hier um alles kümmern. Egal was passiert, denk daran, dass deine Partnerin immer an deiner Seite ist, um dir zu helfen. Und wir sind auch hier. Wir warten auf dich. Finde, was auch immer es zu finden gibt, aber versprich dann zurückzukommen. So, okay. Das bedeutet, wir haben dann... Hey, Wander, möchtest du wirklich auf die Quest des Admirals gehen? Yep, das möchte ich. Aber erst in der nächsten Runde, denn davor sollte ich mal wieder ein paar Dinge vorbereiten. Zum Beispiel mal meine Erntebox leeren. Denn wie ihr seht, ist die ganz schön voll. Und damit wäre auch das Honigproblem erst einmal, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen, ähm, gelöst. Nicht mega, aber immerhin ein bisschen. So, okay. Gut, ihr lieben Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, wir, äh, achso, ja, wir schauen noch mal ganz kurz, welche Waffen wir jetzt so alles machen können, dadurch, dass wir jetzt den Walhasak, äh, auf dem Tötungskonto haben. Und danach, ja, bereite ich mich vor auf die nächste Quest. Ich weiß noch nicht, ob ich mir eine neue Rüstung mache. Eigentlich müsste ich ja langsam mal. Aber, naja, ähm, ich weiß nicht. Ich mag meine Rüstung halt, deswegen mache ich mir auch irgendwie keine neue. Aber ich kann ja mal ganz kurz gucken, was wir jetzt machen könnten. Als nächstes ist das Walhasak-Set. Das ziemlich nice aussieht und für das ich halt ganz schön viele Materialien brauche. Dafür habe ich gegen Wasser und Donner auf jeden Fall ziemlich gut was. Ansonsten sind die Werte ja eh nicht so gut. Das Kushala-Set, da hätte ich echt tatsächlich Bock drauf, muss ich sagen. Irgendwie, bis auf diese komische Maske, die sieht nicht so gut aus. Dann, dann doch lieber, äh, diese Variante hier. Aber, da schauen wir mal. Äh, wie geht es jetzt bei meinen Waffen weiter? Und zwar, Ausrüstung verbessern. So, habe ich ja jetzt hier was gemacht. So, wir können mal ganz kurz gucken. Und zwar habe ich hier den Walhasak-Baum. Äh, und zwar Drachenschaden macht das Ding ganz ordentlich. Und wird über den Knochenbaum geschmiedet. Tatsächlich, aber vorher muss ich, boah, auf jeden Fall dann Seltenheit 6, 7 und... Ah, okay. Es gibt dann wohl noch was, was man machen kann. Äh, für Paolumo komme ich jetzt hier weiter. Ähm, ansonsten den Anjanab-Baum kann ich damit jetzt, könnte ich damit beenden. Ja, und könnte mir übrigens eine extrem starke Waffe machen hier, ne. Also, muss man mal sagen. Hat nicht so viel Blau, nicht so viel Affinität, dafür ganz schön viel Feuer damit. Äh, den Schwarzstahlbaum könnte ich vorantreiben, aber das hat nichts damit zu tun. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlüsselschwert, sehe ich gerade. Explosion als Wert mit drauf. Na gut, und dann habe ich hier noch den, bei Uragan komme ich jetzt durch den Theostra noch weiter. Äh, bei Walhasak komme ich bei der Yagras-Waffe weiter. Naja, okay. Gut, ihr lieben Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wann die kommt, ja, das weiß ich noch nicht. Als nächstes kommt hier erstmal ein Livestream und in dem Livestream bereite ich mich auf, ja, die weiteren Kämpfe vor. Dementsprechend, Leute, ich kann noch nicht sagen, wann hier mal die nächste direkte Story-Folge kommt. Also, es gibt jetzt einen Livestream, wie immer gibt es dann da auch Mitschnitte. Soll heißen, es kommt auf jeden Fall Monster Hunter Content. Aber ich will das jetzt hier natürlich auch nicht alles durchpreschen. Ich könnte es wahrscheinlich, aber ich will vorher noch ein paar Dinge machen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, BB, euer Hyuga.